Welcome to the German spinning part of Europe. 4. November. Ich fahre jetzt gleich los ins Bündner Oberland, in die Sur Selva, wie wir sagen, ins Kloster Muster, Dissentis. Am Montag, in einer Woche, wird dann die neu renovierte Klosterkirche Oh, du weisse Arche, nah am Gebirge, wie Klaus Mayenberg, wieder eröffnet. Termine habe ich nur zwei und drei Themen. Das will ich schnell durchgehen, heute Abend also um 21 Uhr live mit Conny von Telefonberatung, Wikipedia. Was meint Löschen im Kontext von Wikipedia? Wenn Papier Wikipedia erklärt, dann reden sie von Löschen. Aber man kann eigentlich nicht löschen in der Wikipedia. Es geht um Meditieren, Archivieren und Sichern. Das waren die ersten drei Vorschläge, die wir jetzt gemacht haben mit Conny. Mal schauen, was wir heute Abend differenzieren. Das erste Thema, was mich durch die Woche begleiten wird, ist, was geschah eigentlich am 1. April 1891? In diesem Datum nahm die Schweizerische Bundespost der Ortsbezeichnung Dissentis das zweite S. Und erst 1944 kam das rätromanische Muschte dazu, als Dank an die Rätromanen, dass die Nationalisierung so toll geklappt hat während der Kriegszeit. Ich will nicht glauben, dass das Kloster sich nicht gegen diese Entwicklung gewehrt hat. Jedenfalls weiss ich von Johann Rudolf Rahn, dass er noch Jahre später im Kloster war und dort gezeichnet hat und diese Bezeichnung wirklich als Dissentis gebracht hat. Also, superschöne Geschichte. Zweites Thema. In Luzern haben wir mit Heiko Kleve beschlossen, dass wir ein Büchlein bringen wollen, mit Tina Piazzi zusammen. So, das ist natürlich im Moment anregend, dieser Gedanke noch einmal gewesen, pragmatische Anarchie. Es soll aber um soziale Arbeit als Arbeit am Sozialen gehen, so eine Zusammenfassung der Erkenntnisse. Es geht also noch einmal darum, die biopsychosoziale Denkfigur zu zeigen. Medienwechsel, Axiome von Watzlawick. Und das kann ich natürlich auch in Verbindung bringen mit dem dritten Thema. Vorbereitung auf die Begegnung Geschichten aus Wikihausen. Reputationsmanagement bei Shitstorm. Lernen von Wikipedia seit 2001 und Wikidata seit 2012. Frage Sozialarbeit. Hey, im Namen des Ärgers, der Wut und des Heiligen Zorns geht Ihnen in Unruhe. Musik. Musik.